Schrecklicher Unfall an der Jahrhunderthalle in Bochum. Drei junge Männer waren da gestern Abend unterwegs. Einer von ihnen, ein 20-Jähriger, ist da auf einen dieser Kühltürme geklettert und heruntergestürzt, acht Meter tief. Und damit willkommen zu Ihrer Lokalzeit Ruhr. Feuerwehr und Notarzt waren sofort an der Unfallstelle, doch der junge Mann ist an seinen Verletzungen gestorben. Ja, ein tragischer, ein trauriger Unfall. Wie wäre es mit einer Runde Golf? Nicht auf dem Golfplatz, nein, auf den Straßen hier im Ruhrgebiet. Genügend Löcher haben wir ja, wie immer nach dem Winter. Schlaglöcher, riesige Krater, fast überall im Asphalt. Nur leider fehlt den Städten das Geld, Fahrbahnflächen ordentlich zu reparieren. Also wird oft nur notdürftig gepflegt. Das heißt, wir müssen uns wohl an die Rumpelstrecken gewöhnen oder halt doch Golf spielen. Die Idee ist übrigens nicht von mir, sondern von diesem Mann aus Essen. Und jetzt sagen wir Happy Birthday Müga. Die Müga wird heute nämlich 25 Jahre alt. Am 11. April 1992 ging's los. Da hat die Landesgartenschau in Mülheim offiziell eröffnet. Vorher war das Gebiet eine ziemlich schmuddelige, alte Industriefläche zwischen Schloss Bräuch und dem Ringlokschuppen. Heute ist es eine schöne Parklandschaft und die grüne Lunge der Stadt. Nicole Nötzel war vorhin zum Gratulieren da. Danke, Nicole Nötzel. Gleich geht's noch um mehr Jungfrauen. Jetzt aber erstmal die Nachrichten. In Bochum steht ein Mitarbeiter des Sozialamtes wegen Korruption vor Gericht. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Herne ist in der Nacht ein 73-jähriger Mann ums Leben gekommen. Das Feuer war in seiner Wohnung im ersten Stock ausgebrochen. Feuerwehrleute konnten die übrigen Bewohner retten. Für das Feuer war nach ersten Ermittlungen eine Zigarette verantwortlich, die der Mann vergessen hatte, auszumachen. Der Stahlsparte von ThyssenKrupp droht nach Angaben der Betriebsräte ein Abbau von mehr als 4000 Arbeitsplätzen. Davon betroffen wären auch die Werke in Bochum und Duisburg. Seit heute Morgen haben 200 Stahlarbeiter in Duisburg demonstriert. Der türkische Generalkonsul soll offenbar von Essen nach Slowenien versetzt werden. Viele türkische Verbände und Vereine in der Stadt sind darüber verärgert. Man habe mit ihm gut zusammengearbeitet, heißt es. In der kommenden Woche wollen sie einen Brief an das türkische Außenministerium schreiben, um den Unmut über die Entscheidung auszudrücken. Der türkische Konsul in Essen gilt als politisch neutral, steht für eine Trennung von Kirche und Staat. Es gibt Spekulationen, dass er genau deswegen versetzt werde. Das türkische Konsulat hat die Anfragen des WDR dazu bislang nicht beantwortet. Die US-Regierung hat gegen den Mülheimer Stahlhersteller Mannesmann Grobblech Strafzölle verhängt. Wir haben gestern darüber berichtet, dass nach einem brutalen Einbruch in Mülheim ein Tatverdächtiger in Rumänien festgenommen wurde. Jetzt wurde der 21-Jährige auf Kaution bis zu seiner Verhandlung wieder auf freien Fuß gesetzt. Das bestätigte die Essener Polizei dem WDR auf Anfrage. Er soll bei einem Einbruch vor einigen Wochen in Mülheim einen 37-jährigen Familienvater so schwer verletzt haben, dass der ins Koma fiel. Trotz der Freilassung auf Kaution wird er weiterhin wegen versuchten Mordes gesucht, so die Ermittler. Sollte er sich erneut nach Deutschland absetzen, würde er sofort festgenommen. Und das waren unsere Nachrichten vom Dienstag. Bei den meisten Mietern werden die Heizkosten ja abgelesen von speziellen Firmen, die von den Eigentümern beauftragt werden. Es gibt aber nur wenige Ablesedienste wie Techem oder Issa, das sind die bekanntesten. Und die geraten gerade zunehmend unter Druck. Sie sind zu teuer und bieten schlechten Service, sagen Verbraucherschützer und auch die Vermieter. Viele setzen deshalb jetzt auf eigene Systeme. Und bei uns im Studio ist Professor Christoph, Experte für Marktanalysen im Bereich der Energiewirtschaft. Also immer mehr Wohnungseigentümer lesen und rechnen die Heizkosten also jetzt mit eigenen Systemen selbst ab. Ist das ein Trend? Das Bundeskartellamt, das haben wir gerade schon gehört, das hat die Konzentration am Markt der Ablesedienstleister ja schon in der Vergangenheit kritisiert. Jetzt gibt es eine erneute Untersuchung. Was ist da Ihre Einschätzung? Gibt es da Preisabsprachen? Das Ablesegeschäft ist ein Milliardengeschäft. Es werden da wahnsinnige Gewinne eingefahren von diesen wenigen Ablesediensten. Wie kommt das? Warum können die da so hohe Gewinnmargen? Dass mehr Vermieter sagen, ach das mache ich einfach mal selber in meinen Wohnungen. Würden Sie sagen, dass die Tage dieser Ablesedienste irgendwann gezählt sind? Dann auch mehr Konkurrenz? Was soll ich denn als Mieter beachten, wenn jetzt mein Vermieter umstellt und eigene Geräte einbaut und sagt, ich mache das jetzt selber. Techem kommt nicht mehr, ich mache es selbst. Herr Weber, vielen Dank für die Information. Und jetzt werden einige Mädels wahrscheinlich total ausflippen. Wir kommen nämlich zu einem neuen Trend, der gerade der Renner ist im Aquapark in Oberhausen. Da können Mädchen und übrigens auch Jungs lernen, wie man als Meerjungfrau schwimmt. Mit Flosse, den richtigen Bewegungen und allem, was dazu gehört. Ein Riesenspaß für die angehenden Nixen. Klasse, das will ich unbedingt auch gern mal ausprobieren. Aber wir kommen jetzt zu einem Glücksgefühl der anderen Art. Hans Sarpay trifft heute Tobias. Immer auf der Überholspur, immer im Stress und ständig erreichbar. Tobias hatte fast ein Burnout, weil er unter Dauerstrom stand. Dann aber hat er doch noch die Kurve gekriegt und hat es geschafft, sein Leben zu entschleunigen. Wie er mit weniger Arbeit und weniger Stress glücklicher denn je geworden ist, das erzählt er unserem Hans im Glück. Und noch ganz schnell die Wetteraussichten bis Ostern. Und diese Meldung hat uns jetzt gerade erreicht, kurz nach der Abfahrt des Mannschaftsbusses von Borussia Dortmund. Vom Hotel zum Stadion hat es einen Zwischenfall gegeben. Der BVB-Bus wurde offenbar an zwei Stellen beschädigt. Manche Medien sprechen von einer Explosion. Eine Person wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Dortmunder spielen ja heute Abend gegen Monaco. Genauere Details haben sicherlich die Kollegen um viertel vor zehn bei WDR aktuell. Und wenn sie mögen, sehen wir uns morgen wieder. Tschüss, schönen Abend.